Hallo und herzlich Willkommen zu Turbo Dismount! Ein neues angedaddled, ich habe das Spiel letztens irgendwann in meiner Steam-Liste gefunden und mir gedacht... ...anspielen. Los geht's! Ich habe keine Ahnung worum es hier geht. Play. Klassik. Ähm. Okay, dann... Hä? War das gut? Was? Was? Wow. Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich hier tun muss. Muss ich jetzt hier ein Parcours aufbauen? Äh, ja. Cool. Neuer Highscore, das ist auch nicht schwer, wenn man es noch nicht gespielt hat. Hallo? Achso. Äh, ne. Hilfe! Das war jetzt genau dasselbe, ne? Okay, das war der Replay. Okay. Helft mir! Wie komme ich zurück? Wie komme ich zurück? Ich will das nochmal machen. Okay, äh, ich kapiere gerade keinen. Äh, Replay. Wie kommt das zum Replay aus? Leaderboard, okay. Kameras. Okay. Äh, neue. Neue. Okay. Ah. Okay. Äh. Poses. Aha. Der ist gut. Das ist gut. Das machen wir. Ähm. Obstacles. Ich kann noch was hinsetzen. Achso. Moment. Dann machen wir da eine Mini-Ramp. Eine Quarterpipe. Und da... Ne, die ist zu groß, oder? So sieht doch traumhaft aus, oder? Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Ready. Ähm. Ja. Ah. Okay. Ja, wir fahren natürlich gerade. So. Oh. Verdammt, das war nicht gut. Das müssen wir nochmal machen. Ey. Oh. Fuck. Er ist tot, glaube ich. Dismount complete. Okay. Äh. Nö. Ah. So geht's weiter. Alles klar. Okay. Die Pose sollte ich ändern. Setz dich mal bitte wieder rein. Obwohl. Warte mal. Habe ich da gerade das... Gesehen, was ich... Oh. So ist doch chillig. Ne? Okay. Ähm. Rup. Na, aber halbwegs gut. Ja. Oh fuck. Scheiße. Ähm. Ähm. Hallo? Twist left. Ach. Guck an. Ne. Turbo... Äh. Turbo pad. Twist left. Und Brick wall. Ich würde sagen, das sieht super aus. So. So. Und... Ah Mist. Nicht schnell genug. Das müssen wir nochmal versuchen. Wuuu. Bäm. Sehr schön. Haha. Traumhaft. So muss das sein. Das ganze nochmal. Ähm. Ich muss hier noch eine schnellere Geschwindigkeit erreichen. So. Ist das doch gut. Ja. 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 Bäm. Schön. Ja. War das ein neuer Highscore? Ähm. Ja. Ich würde fast sagen schon. Okay. Nächstes. Was können wir noch ändern? Vehicles. Äh. Okay. Das ist ja echt ganz nice. Ähm. Ähm. Ach. Nehmen wir den mal. Okay. Oh. Verdammt. Das war sehr langsam. Okay. Das ist nicht so. Äh. Naja. Oh. Fuck. Na gut. Das war ja jetzt relativ gechillt noch. Ähm. Nehmen wir ein anderes Auto. Die coole Vespa. Oh. Zu langsam. Oh. Oh. Das ging auf den Nacken. Da wird jemand Kopfschmerzen haben. Ähm. Ähm. Neues Auto. Ich würde sagen wir nehmen einfach mal den Ranger. Der Ranger sieht cool aus. Aber wir nehmen mal wieder eine andere Pose. So als Airbag fürs Auto. Ja ne. Dismount. Und. Traumhaft. Der reißt ja völlig auseinander. Kein neuer Highscore. Verdammt. Das muss besser gehen. Ähm. Ich würde sagen Obstacles. Wir verändern das ganze mal. Äh. Nehmen hier die Big Ramp. Dann ist die Mauer da ein bisschen sinnlos. Aber egal. Vehicles. The Wedge. The Wedge. The Wedge. Okay. Ich hoffe ich schaffe das heute schnell zu werden. Hey. Ja. 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 Ein Traum. Ein Traum. Ein Traum. Ja. Bam. Immer noch kein Highscore. Wie schafft man das denn den Highscore zu ändern? Mist. Das finde ich gemein. Ähm. Obstacles. Hm. Was ist das? Old Slick. Achso. Kleine Rampen. Minenfeld. Das erscheint mir nicht gesund. Ähm. Machen wir das Minenfeld dahin. Ähm. Machen wir so ne kleine Rampe. Und hier vielleicht mal Bowling Pins. Was. Okay. Ähm. Schneller. Yeee. Oh. Das war jetzt langweilig. Das Auto fährt weiter. Okay. Wenn mein Auto das macht, ist das cool. Ähm. Wir sind zu hoch gesprungen. Das muss weg. Was haben wir hier für Rampen? Ach! Genial! Okay, immer noch kein Highscore. Was soll denn das? Sah doch cool aus. Wir nehmen ein anderes Auto. Vielleicht wird das dann was. Ja, vielleicht? Oh, das war sehr langsam. Das wird nichts. Spannend. Boom, boom, boom. Nicht sehr aufregend. Aber er fährt auch noch weiter. Völlig zerstört. Fährt er weiter. Traumhaft. Okay, ich würde sagen, wir können ein Fazit ziehen. Turbidus Mount ist sehr witzig. Aber jetzt nicht wirklich was für lange. Aber es ist ein nettes Minispiel, was ich also besorgen möchte. Darf das gerne tun. Vielleicht, wenn das jemand sieht und es selber spielt, schickt mir mal Videos, was ihr so macht. Oder verlinkt Videos oder macht Videoantworten oder wie auch immer. Würde mich mal interessieren, was die Leute aus den ganzen Maps und aus den ganzen Fahrzeugen und den ganzen Gegenständen so rausholen. Das wäre ganz nett. Ich sag mal so, kurzes Angedaddelt und wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Angedaddelt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.